hallo mein lieben freunde und ein herzliches willkommen nach dem battle und ja heute werde ich jetzt endlich mal den sabadawi angreifen letztens ging es ja nicht weil wegen der schutz die haben wir es auf 15 minuten runtergesetzt finde ich auch persönlich besser so weil es sonst halt echt viel zu lang gewesen wäre so jetzt haben wir brauche ich noch hier eine iron pick extension mit und das ruby sort dann brauche ich noch viel und ich glaube dann bin ich ausgerüstet essen brauche ich noch so perfekt sollte das doch jetzt sein oder ja wie schon gesagt es könnte auch die ein oder andere rakete mal fliegen ich bin nämlich gerade echt ein bisschen sauer vor allem er hat jetzt auch gerade noch 32 gunpowder gewonnen hätte ich auch gute brauchen können vor allem weil er mich ja gerade eben schon angegriffen hat aber ich weiß es nicht ob er mit einem angriff von mir jetzt so schnell rechnet so mal schauen mal schauen ob er mich erwartet wollte ich eventuell ein flachgeschütz machen wenn natürlich ganz so gut für mich ich hätte ja theoretisch auch eins aber aber ich habe halt nicht gemerkt damit er angreift war vielleicht ein bisschen blöd dass ich zu nachsicht achtsam war so ja kann halt alles mal passieren gut dann schaue ich mal ob er sich schon von mir auf den weg macht oder ob ich der erste bin ich glaube ich werde diesmal eine andere statik angehen nicht die sneak peek taktik sondern die voll truff taktik das heißt werde jetzt versuchen mit dem heli voll truff zu gehen da steht schon ein heli ich habe jetzt nur ein bisschen lärm gemacht wenn man das hört aber da hat er sich das geschütz hingestellt unten in die garage nice nice okay havern ich kann nicht gerne gehen wenn ich habe hier ist ja einfach mal so ein bisschen rein der hinterm geschützt drin ja ist er oh scheiße gut dann neue taktik einmal bitte die die web da habe ich schöne hüterer rocken für ihn freihaus und immer sagen gar nach position und damit ich gehe damit gehe ich nicht hier das dinge hellfire hellfire tv komm bam okay noch einer komm und noch einer komm wir sind doch irgendwie treffen mal scheiße komm jetzt 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 voll drauf die jetzt ich noch irgendwie so was in der art schnell weg müsste ich jetzt erst mal und scheiße mit müssen ist mit ich glaube es ist ein geschütz ist kaputt ich glaube es nein es nicht ich glaube es ist ein Parachute dabei. Mist, 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 Mist. Ich muss unbedingt runter. Bzw. weg. Scheiße. Alter. Der hat mich gerade eben gut getroffen. Alter. Der hat mich richtig gut getroffen. Scheiße, ein Schuss und ich wäre weg gewesen. Oh mein Gott. Und ich brauche Fuel, 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 Fuel. Alter. Okay. Ich lade jetzt mal nach. Okay, 15% und schon. 16. Ich muss echt nach Hause. Wäre aber auch klug gewesen, den Helikopter vielleicht abzubauen. Ah, das war jetzt blöd. Ich muss, ich muss den, ich muss den gut, äh. Ich brauche Fuel und ich brauche die Raketen. Sonst geht das nicht. Ich brauche unbedingt die PV-Raketen. Unbedingt. Jetzt muss ich ganz schnell wieder zu ihm hin am besten. Einmal schnell nach Hause. Alter, das wäre es, das wäre es jetzt. Kommt, bitte. Das Ding, das hat doch bestimmt nicht mehr viel. Vor allem, das hat er einfach so eine Durchschlagskraft, ne? Alter Schwede. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Yes, den hellfire. Hellfire TV war so geil, ne? Ah, brauche ich unbedingt, Elkir ist nah aus hier, okay, gut, gut, wir steigen mal schnell aus, okay. So, da habe ich noch 43, komm, da muss ich das einmal abbauen und ich muss mir jetzt schnell ein bisschen, ein bisschen Fuel holen, äh, Kohle hier, so, und. So, nein, was ist das, scheiße, was ist jetzt los, hallo, leck, leck, scheiße, was ist jetzt los, okay, ähm, ich weiß nicht, was jetzt los ist, ähm, Logging in, okay, Server startet neu, habe ja gerade die Konsole nebenbei offen, aber ich weiß nicht, warum, okay, man, ich möchte ihn jetzt unbedingt noch die Folge töten, ich habe das verlangen. Please try later. Warum? Ach, nein. So, gut, ich glaube, ich muss dann jetzt eben mal Schluss machen. Weil es jetzt nicht funktioniert, gut, wir sehen uns dann schon morgen wieder zu einer weiteren Folge von Minecraft Minewar. Joa, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Waffenmeister und ciao, ciao, einmal, versuch ich es noch. Ja, okay, gut, also dann, ciao, ciao.